Ohayo, liebe Bani-Freunde, liebe Grüße aus Osaka, Japan. Ich bin hier in Osaka. Es ist 11 Uhr und bereits 35 Grad warm. Es sieht kein Wind auf, deswegen braucht man sowas hier. Aber es ist wunderschön, wir arbeiten im Laufschritt alle Sehenswürdigkeiten ab und haben ganz viel Spaß. Ich sitze hier gerade gegenüber vom Osaka Castle. Was mich jetzt zutiefst beeindruckt, ist diese Kinderliebe, die Japaner haben. Es gibt auf jeder Damen-Toilette einen Wickeltisch und eine Toilette mit Kindersitz. Und obwohl diese Kinder im Einzelkindersitz meistens und wahrscheinlich total verwöhnt werden, sind sie doch total folgsam und total gut. Fühlt euch gegrüßt. Wir sehen uns. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020